Komm Schaf. Ne, das nicht. Das und das und das. Ich hoffe, das Gatter ist offen. Das Leder habe ich auch. Die Gatter habe ich schon aufgemacht. Ich glaube, du musst mal schubsen. Pfeu, wie das aussieht. Warte, warte, ich komme gleich. Gleich, 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 ist es drin. Gleich, 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 gleich. Ja! Ey, bleibst du hier! Halt! Scheiße, ich habe den Weizen weggetan, nicht blöd, Mann. Tja, komm, 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 komm. Du bleib schön hier drin, ne? Bleib, komm. Scharfschubser. Man muss das Schaf zu ihrem Glück zwingen. Geh, los, ab. Ey, ey, tötet auch das wieder ab? Oh. Ich hole mal das Getrüst, der ist den Weizen, den ich noch hatte. Oh, wir müssen noch hier ordentlich bauen, ne? Ordentlich Stroh. Ja. Ich bring ihn dir mal, ne? Komm rein. Ja, das Schaf. Ist es drin? Ja. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, bei mir. Ich stehe hier am Fenster mit Weizen. Und jetzt stehe ich hier. Und jetzt stehe ich hier. Das Kleine. Der Kiel guckt ein Auge rüber. Oh, was ist das? Wie ist das Schaf hier entkommen? Wie poppen die? Ach. Da fehlt die Glasscheibe. Scheiße. Ich hab aber, ich hab, ah, warte, ich hab ne Idee. Geh mal weg, geh mal weg. Oh. Hast du's tot gemacht? Ich hab's gesehen. Ich hätte sowas nie tun. Hier muss auch gar kein Glas rein. Geh mal weg. Doch, dann hauen die kleinen Kühe ab. So. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Hier muss eine Mauer rein. Da braucht ja kein Fenster sein. Kühe brauchen nicht so viel Licht. So. Jetzt holen wir noch nur noch die Dreckigen. Das reicht so mit den Fenstern. So. Da renne ich fünfmal rum und das übersehe ich, ne? Oh, das wird ein Riesenbau. Kommt, ihr süßen Schweine. Kommt. Müssen wir nachher in der Dekoration. So, und ich bepflanze den von draußen wieder. Los. Geht noch nicht. Nein, die Schweine kommen nicht durch. Bleib doch da drin. Oh, wie die mich angucken. Geht noch nicht. Na, für Schweine brauchen wir Möhren. Die hab ich jetzt hier nicht. Die hab ich. Na, das ist schön. Na, komm. Ne, Schweinchen, wenn wir ein Schaf sehen, dann müssen wir es töten. Ja. Guck mal da hinten, das ist ein schwarzes Schaf. Ja. Was macht man mit schwarzen? Richtig. Schlagen. Oh. Manfred. Ich weiß ja nicht, was immer du so denkst. Hast du die Feldhacke mitgebracht? Ja, die hab ich. Ja, ich hab dir gesagt, ich brauch die. Du rennst natürlich wieder weg. Ja, musst du zu mir kommen. Scheiß, Schweine. Scheiß, Schweine. Ja, sind zu doof, um durch den Block zu gehen. Aber sie sind wenigstens nur so schlau und gehen über die Brücke. Ich guck nur, wo ich ein bisschen Weizen herkrieg. Klappt aber ganz gut. Der ist noch nicht fertig. Ich bring meine Brüder mit. Darf ich dir vorstellen? Das sind meine Brüder. Warum wieder so viele? Zwei sind noch da. Wie die dich angucken? Ja. Oh, ich geh weg. Jetzt ignorieren sie mich. Warum? Weil ich da stand, bestimmt, ne? Ich werd das nie wieder vergessen. Bleib hier. Du wirst sterben. Mist, 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 Mist. Mit was fördert man Schafe? Auch mit Weizen, ne? Ja. Die wollen den nicht. Warte mal. Warte mal. Ich hab die Idee. Warte mal. Guck mal. Guck mal. Kann ja nicht. Nein, ich bin schuldig. Oh, komm, du kleine Sau. Komm, komm, ich schieb dich ab. Komm, geh weg. Das schwert außer Hand. Wie unhöflich. So besser? Nein. So? Ja. So? Kann das Schweinchen nicht anlocken. Ich wolltest dich abschieben. Ach so, du bist da hinten. Ich schieb dich gleich ab. Und zwar hier in den Stall. Na, dann los. Es guckt mich so an. Es guckt, es guckt. Es guckt so, es guckt. Schwein, hör auf. Du stehst im Weg. Du bist mir im Weg. Geh weg. Komm, Schwein. Hör auf, was machst du da, Schwein? Schwein, hab ich dir schon mal gesagt, dass deine Nase wie eine Steckdose aussieht? Kann ich da mal was reinstecken? Mein Stecker? Na gut, mein Stecker ist nicht zweipolig, ich weiß. Ey, du läufst durch mich durch. Guck mal, wo das Schwein hin will. Schwein, das gibt nicht zu den... Meinst du, das hilft? Nicht wirklich. Was macht das rote Schaft da drin? Wie hast du das gemacht? Hast du das eingefärbt? Ja. Wie macht man das? Mit Farbstoff. Oh, du bist doof. Hättest du jetzt schwarz machen müssen? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Ah! Was denn? Orange. Nee, das ist auch... Nee, das ist ein bisschen heller, du hast recht. Das ist orange. Das ist ja genial. Jetzt haben wir orange Schafe. Wie schön. Ja, ich werde dann mal noch ein bisschen... Ja, dann haben wir ja schon mal die Tiere da, das ist auch schön. Wir schaffen da... Orange Schaf ist das. Kein. Das ist doch lustig, oder nicht? Ja. Ich habe immer noch keine Feldhacke. Ja, komm doch her. Ja, du kannst doch zu mir kommen, zum Feld. Nee, ich will ja nichts von dir. Das ist meine Feldhacke, ja? Da steht nicht dein Name drauf. Doch, du kannst bloß nicht lesen. Ja, das stimmt auch. Ja, siehst du, da haben wir es wieder. Sich aufregen und nicht lesen können. Oder schreiben. Aber, 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 aber. Ah, danke. Aber. Das ist aber nett von dir. Was trinkst du denn da andauernd? Nein. Das sind meine Hände. Du trinkst deine Hände? Die machen knack, 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 knack. Der trinkt seine Hände. Trinken klingt bei mir an, das ist lautlos. Äh, äh, äh. So, jetzt haben wir das auch. Oh, Hund. Jetzt hat er gepupst. Äh, nein? Äh, ja, ich riech das. Durch TeamSpeak? Ja. Das Neue ist ein Plug-in. Oh, ein ganz hartes. Ja. Schnupper mich, heißt das. Muss man nach Google. Was passiert, wenn man ein rotes Schaf mit ein oranges Schaf paart? Ich hätte mal vielleicht ein blaues genommen oder so, um mal zu sehen, was dabei rauskommt. Ich ernte hier schon wieder viel zu viel, weil ich wieder nicht präzise genug schlage. Was ist das? Da war ich ja noch gar nicht. Ich ernte das. Mecker-Pod. Oh! Was nennt man Mitarbeiter? Oh! Oh! Hör mal auf, hier drauf rumzulaufen! Das war Absicht. So, Uli. Pause? Ja, gleich. Ich backele am Gattel. Ich gehe erst mal zur Truhe. Und dann tue ich das ganze Stroh da rein, was ich hier habe, den Weizen. Und das auch. Ich tue erst mal alles rein hier. Da kommt ein kleiner. Ich habe das gesehen. Ich sah den hier oben lang flitzen. So, das Baumaterial tue ich mal alles rein. Ah. Schön schlafen mit seinem Schwert. Äh, ich habe kein Bett dabei. Wo ist denn dein Bett? Oh, Enderman. Hallo? Nuggi? Jetzt ist er sauer. Hä? Mein Level. Typisch. Er kriegt den Ende Perle. Ja, habe ich. Tatsächlich. Er kann sich auch oben auf dem Berg porten. Nö, ich porte mich ins Haus. Warte, ich will zugucken. Warte auf mich. Bin ich mehr so jung? Wenn das geht, schaffe ich das? Wie mache ich denn das? Mit rechts? Ja. Fast gestorben. Hallo? Oh, hier oben sind wir auch noch nicht fertig. Nee, mit auf, mit abbauen. Nee, ach, das ist jetzt auch erst mal nicht so wichtig. Doch, das hat hohe Priorität. Äh, ja. Ich habe angeblich einen Rucksack auf. Oh, mir ist da was im Nacken. Guck mal. Kannst du das mal rausnehmen? Warte, ich probiere es mal. Ah, danke. Ey, nicht, nicht, nicht. Aber? Du Asch, wo bist du? Komm, tüte mich doch. Nein. Feige, feige. Nein. Aber feige. Nein. Schubst dich extra runter und das ist der Dank. Nein. Kommst du nochmal nach oben? Nein. Guten Tag. Ciao. Du hast nicht, du hast nicht genug gescheatet, da ist was zu lesen. Naja, gut, wir haben ja vorher überlegt, wie wir das Haus bauen. Kannst du mal ins Bett gehen? Ah, warte mal. Es muss meine Hand erst entspannen. Wir haben vorher nur getestet, also keine Behauptungen. Server-Buh. So, okay, wir gehen jetzt nach oben und dann machen wir Feierabend. Ja. Das bringt nicht meine Hand heute noch um. Ja. Genau. Oh. Genau. Wir machen mal wieder ein neues Bild. Oh. Nicht, nicht. Gib's mir. Ah. Gib mir das wieder. Bitte. Hallo? Meine Rüstung ist weg. Hallo? Ich darf jetzt... Hallo? Hallo? Was machst du da unten? Komm hoch. Ich habe deine Rüstung weggeworfen. Oh. Die war verzaubert. War nicht. Ist noch Musik? Nein. Warum sagst du nichts? Ich... Ach, man kann sich jetzt auf diese Steps hinsetzen. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Warte. Oh. Warum habe ich die denn jetzt an? So. Jetzt mache ich mal ein Foto von hinten, wo wir auf die Mühle schauen. Einverstanden? Ja. Oh. Und aufs Wasser, aufs Feld. Genau. Oh, das sieht schön aus. So, warte, warte. Feuer. Jetzt nehmen wir dein eigentliches Hintergrundbild. Und? Oh. Oh. Ja, von hier ist nicht so attraktiv. So. Na gut, Manfred. Mach' n' du da. Mach' n' du da. Mach' n' du da. Rimm' mich um. Nein. Ich weiß es nicht. Kommst du nicht mehr hoch? Nein, ich mach' das aus Spaß. Hallo. Das hat mir Angst gemacht. Du setzt dich da hin. Ich hab' meine Ecke. Ja, meine andere Ecke. Die mag' ich mehr. Das war keine Ecke, aber egal. Na gut, denn... Oh, der Leuchtturm. Mit dem Feuer... Ich seh' nix. Kannst du mal aufhören. Ich zoome grad. Hau ab! Oh, der Leuchtturm und die Kirche und... Und, und, und. Oh. Oh. Die... Geh' weg, ich brauch' Aussicht. Oh, du bist ein Vogel. Warte. Was kommt jetzt? Ich muss's mal scheißen. Da hast du deinen Dreck. Jetzt muss ich mal pinkeln. Du hast aber... Du hast aber komischen... Du... Das ist... Da würde ich mal mit zum Arzt gehen. Wenn der so brennt. Außerdem kommt dein... Hast du deinen Penis im Gesicht? Ja. Also, ich hab da ne Nase. Ja, und? Du musst aber aufpassen, dass du nicht dabei liegst. Sonst kannst du... Wieselst du dir gleich im Mund. Äh. Äh. Ah. Hilfe. 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 Hier. Kannst du's ja mal bitte abschneiden. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Manfricht macht mir Angst. Manfricht macht mir ganz... Was? Wen soll ich abschneiden? Ich will deine Schere geben. Ich will deine Schere. Nicht. Ah. Gute Idee. Nein! Was? Ja. Ja. Hallo? Hallo! Wolli ist wieder abstark. Wolli ist wieder abstark? Ja, das ist gut. Eva auch. Hallo, Eva. Wolli, Wolli. Hallo? Eva? Wolli? Kuchen backen? Wegen die Äcklinge kacken? Okay. Nein! Oh, hat die Neustadt? Guck mir nicht zu. Gewerfling. Was glaubst du? Oh! Ich hab dafür bezahlt. Ja und? Ich kann mit meinen Scheißen bauen. Du kannst Scheißen bauen? Ja, das stimmt. Los. Warte. Warte. Nicht aufhören. Hä? 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 Was besteht heute aus 90% von meinem Friedsscheiße? Oh. Ich hab mich nicht zu spät. Aufhören, bitte. Na bitte aufhören. Hör. 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 Na gut. Komm, Kleiner. Wir gehen jetzt mal nach unten, dann zeige ich dir noch was schön ist. Hör. 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 Hilfe. Komm doch mit. Komm, süßer. Süße! Juhu! Ah! Süße! Stoffe! Helfe! Ich, ich! Ey! Ich warte, Juchtisch! Ich warte! Ich warte! Ich hab Angst! Hallo? 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 War was? Ich warte, ich geh nochmal raus. Hier ist ja ein Bett. Warum ist hier ein Bett? Das hab ich da eingerichtet. Gut, alles klar. So, jetzt haben wir aber genug rumgealbert. Gut, ich geh ins Bett. Nacht und tschüss. Ich hab leider nichts. Ich würd ja gern was machen, aber ich hab leider nichts dabei. Warum hab ich kein Bett mehr? Ah, wir albern wieder nur rum. Anstatt endlich feiern zu machen. Okay, lass uns auf dem Boot sitzen. Ja, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Auf dem Boot. Auf dem Boot. Auf dem Boot. So, jetzt können wir abmoderieren. Was denn? Das Ende. Warte, jetzt hast du eine Nase. Nicht bewegen! Guck mich wieder an! So, jetzt hast du eine Nase. Tschüss, Manfred. Tschüss! Kann ich auch. Geil. Oh, wie erotisch. Wie erotisch. Was soll denn das eigentlich sein? Diko? Ach so. Entschuldigung. Möchtest du einen zu wenden? Ja. Tschüss! Ja, tschüss! Tschüss!